das war verdammt knapp niemand kämpft allein mäßchen ich finde schon einen weg na gut aber seien sie leise ich krieg sie einfach nicht eingeschaltet warum geht das nicht schalttaste hallo bitte kommt und hier wimmels von vietgang wird bitte kommen scheiße gibt es denn so was kurze pause hier da muss ich jetzt mal gucken ok jetzt habe ich es rausgefunden echt super weiter geht's oh kleine haustiere ich habe eine pistole ihr habt die besseren waffen ihr müsstet mich eigentlich platt machen wo ich ihr freund zwift tot wir trauern später messen es gibt hinweise auf sowjets in diesem tunnel wir sind auf der richtigen fährte wir helfen sie mir mal mein gott guckt euch mal die beine wenn wir nur mit pistolen geschossen himmelswillen wo sind die waffen von den gefallenen warum kann ich die nicht aufnehmen keine waffen naja gut wollen wir nicht so meckern ne f drücken jetzt reagiert er natürlich wieder nicht weg ist so jetzt mit mir habe ich mich hoffentlich gleich mal wieder beruhigt vorsicht messen ich höre den feind gibt sie jetzt noch macht alles alleine schön gemacht gute arbeit sie sind dran ich folge ihnen ja immer wenn es euch passt dann muss ich vorgehen wo geht es denn jetzt lang jetzt eindeutig da lang wir sind dicht dran messen das gefühl habe ich auch herz pocht da liegt eine hand guckt euch daran ist das denn möglich habt ihr nur eine pistole leute welche richtung rechner vertrauen sie den instinkten messen hier fliege körperteile ab laden wir lieber erst mal nach da schon wieder was geflogen schon wieder ein körperteil und wieder kann ich die waffe nicht aufnehmen die er aber fallen gelassen hat verdammte scheiße da ist sie kraft schenkos vorderer anlage aha sie wirkt verlassen kraft schenko hat mit uns gerechnet und ist überstürzt abgehauen nehmen sie die dokumente mit resnav wir gehen ja die geben mir keine zeit mich um zu gucken ich wollte doch so gerne noch aufnehmen was da hinter mir passiert na gut wenn das so ist dann nochmal scheiße kraft schenko wollte hier alles in die luft jagen extra bitte kommen verdammt ich will nicht dass diese schlappe doch seit knapp wird ups oh oh was zum teufel ist da passiert wir sehen feuer in den tunneln wo seid ihr verdammt wir halten die position bis wir dich sehen wir werden uns hier rauskrabben müssen wir haben die mädchen los scheiße jetzt komm mädchen wo bist du wutz ich kann nichts machen na los na los da kommt schon da sind wir hier genau zu messen sie können es noch nicht trauen was immer er ihnen aussagt aber von ihm haben wir die akte über klark er führte uns zu nova 6 das ist nicht der für den sie halten nein er ist mein freund er half mir zu fliehen betrogen vergessen verlassen alle brüder vergessen sie das noch konzentrieren sie sich wir haben keine zeit mehr bald herrscht krieg wessen krieg scheiße wer sind sie überhaupt ich höre immer nur diese scheiß zahl übertragung die zahlen sind eine übertragung sie wurden eine gehirnwäsche unterzogen ja sie waren auf dem mekong auf dem weg nach norden zu kraftchenkos anlage auf dem weg nach laos laos kraftchenko der verdammte psychopath hat ganz vietnam mit nervengas eingeräuchert ich musste ihn töten verstehen sie ich muss sie alle töten laos wessen sie waren flussaufwärts auf dem mekong nach laos unterwegs jason hat sie kontaktiert mein kontakt hat er ihnen gesagt harten der CIA schoss ein frachtflugzeug ab das nova 6 ging in laos runter unser SOG team ging rein was ist passiert wessen ich höre ständig zahlen das ist eine übertragung wessen die übertragung so was haben wir denn jetzt hier 11. februar 1968 mason SOG ja ok wir sollten irgendwie vor den sowjets beim nova 6 sein gut dann mal los oh ja sowas mag ich geil 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 ich liebe es Sound ist gut Grafik ist gut da sind wir gehen wir halt die jungs SOG richtig richtig wir haben es nicht geschafft ich muss auch immer ein bisschen die Grafik bewundern echt klasse M202 Baum und Steuern auf Seite bewaffnet Mason Steuers ich steuere naja gut ihr habt so gewollt so so linke maus aha 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 ok schöne sache wieder mal muss ich ein bisschen hier die Grafik bewundern gute Musik auch Gute Musik auch Please allow me to introduce myself I'm a baby well SOG sooo